ich habe keine name geben Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war sehr schwer, ne? Und was ist mit dem? Darin habe ich noch zwei. Da oben ist nämlich auch noch mal einer. Ach komm, ich mach mal hier weiter. Aber was ist das? Die Macht ist ein. Ich halte für diese Schwertlegende die Fähigkeit Kampfaufzirrung und Zerstörung. Ja, das ist ein. Ja. 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 Und dein Geisterzauber verbinden Und dein Geisterzauber verbinden Und dein Geisterzauber verbinden Boom, baby, boom Kann ich mir denn eigentlich immer noch greifen? Ja, und Dann kann ich ihn beherrschen Und dann kann ich informationen sammeln Ne, das geht nicht Zu solchen Wollen wir ihn hier freigeben, so? Ist er weg Okay Aber ich bin gerade bei der Gemeinsame dieser Kreatur gesehen? Was führt sie vor dem Schild? Er legt gut, ist so viel ist mein Verfluchtsicher Wir müssen sie einfach beide erleben, damit wir uns wieder den Plan des dunklen Herzens Ach, das Bild ist hier nur ein Der Sklavenmeister ist durchgedreht, weil ich den Kalagor in den Sklaven gekept habe Ja, warum? Na ja Der Sklaventreiber wollte bestimmt eine Bleichhaut nur für sich Wann wurde? Ganz sicher Der Sklavenverfall hat gewissen sein Der hat das Biest so krank gemacht, dass er es treten musste Drei Urukfackelträger in Nähe des Ghulnöstes Der Sklaven kommt in die Luft werfen und er werde verspulten durch Wurt verbrüht Wir sind zu viel geschenkt Nein, da können wir doch probieren noch einen noch einen Aber ich will. Verdusche. Knochenlächer. Lecker. Ne, warte noch ein bisschen. Der kommt vielleicht noch ein bisschen näher, oder? Ne. Wir brauchen eine Menge mehr Urschlappen, als wir kriegen könnten. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten? Es wird uns leichter fallen, wenn die Sklaven nicht so faul wären. Als ich von der Jagd zurückgekehrt bin, habe ich etwas seltsames gehört. Wenn Sie es seit dem Schluss anschauen, können Sie die Folge einen talentedged Man かiss гру ce如果 erro. Waren Sie das schon immer wieder die EAR-OLFE DELirenbillum, aber Sie können die Knoten mit der Knoten abschlazen. Gemült woman nachается! Very schön! Ich kann mich von oben runter stürzen. Dieser Bleichhaut ist clever. Wenn du nicht aufpasst, schleicht er mich an dich heran und schneidet dir die Kehle durch. Da ist auch noch einer. Da sind aber auch noch Wackelträger. Da ist einer und da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist ja noch einer. Da ist einer. Da ist einer. Wenn die unter meinem Ding stehen darf ich sie dann eigentlich. Ich darf sie nicht aufzehren. 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 Da komme ich nicht hoch. Ich darf sie nicht aufzehren. Ich möchte nicht aufzehren. Da ist einer. Also, easy ist das hier nicht. Ich soll die Fackelträger... Die Fackelträger soll ich töten. Irgendwann muss ich den hier erledigen, sieht er mich noch. Und ist das ein Fackelträger da? Nö. Das wär einer. Die sind alles noch ein bisschen... ...versteckt. Tot im Tag. Ein furchtbarer, blutiger Schmerz, euer Tod. Das sind Fackelträger. Das zählt aber nicht. Er hat es umgebracht. Das ist noch eine. Die stehen auch ganz unten. Das ist ziemlich blöde. Hier ist nichts. Wenn er für euch gut eingebildet, dann müssen wir uns woanders. Das ist ein Thema. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Ich will auch einen zünstigen Kalt haben. Ich hab dir vorhin gesagt, wir müssen Lärm und Wachstunden. Wenn der Garten und Wachstunden drüben. Soll ich zum Reifen da? Was war das? Muss ich mir wohl eingebildet haben. Bleibt wachsam. Sicher ist sicher. Ich bin hier an den Weg. Guck mal, das ist doch einer. Ich muss alle von denen. Das ist aber nicht easy. Oh, man darf sich nicht entdecken lassen. Das ist natürlich auch kackendreck. Oh, erstmal wieder. Pfeile. Ich hab keine Angst vor Carador. Den Enken, den ich sehe, werde ich zureiten. Mit mehr Menschenfleisch im Magen lässt es sich auch besser kämpfen. So viel ist sicher. Da ist es. Scheiße, jetzt bin ich doch entdeckt, oder? Ja. 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 Na, jetzt sind Pfeile dran kommen. ist nicht so einfach. Dann komme ich jetzt hier wieder weg und auch mal hier rüberspringen und da dann rauf. Es heißt der dunkle Herrscher, keine Tänze an mir. Die müssen auch noch irgendwo Pfeile sein. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wie haben sie auch gehört? Die Sklaven waren sich schon nicht um. Was glaubst du was es ist? Das ist einfach mal Pfeile. Oh ja. Der wird ja zu mir. Endlich. Es wurde auch Zeit. Hat jemand den Kahn gewischt? Der Erinnerlust davon, dass die neuen Waffen fertig sind. Mach's! Und dann läuft da dieser King rum. Ein Krauk ist ausgebrochen und nun soll jemand einfangen. Ich mache das weg. Ich habe Besseres zu tun. Lass diese laufen. Vielleicht zerstören wir ein paar Kuhle. Da patrouillieren so viele. Das gefällt mir gar nicht. Wir hauern den Tor kationiert. Nur weil er weiß, wir hätten nicht genug getan. Nur einer weniger. Der ist ganz da unten. Da müsste ich dann am besten runter gehen. Ich darf mich nicht sehen. Ich träge dich. Ich heine dich. Ich spreche. Du hast ein Zeug ihn tun. Wenn du schon nicht kämpfst, dann lieber wenigstens. Oh. Ja, ja, ja. Nicht erwischen lassen. Habe ich jetzt da oben drauf? Wir hatten Glück, dass wir den letzten Kampf gewonnen haben. Wenn wir diese Arbeit nicht erledigen, wird der Turm uns alle an den Ketten nerven. Die Menschen halten uns für brutal. Wenn der Tor hier eintrifft, werden sie echte Feinden lernen. Das ist dann natürlich das schwierigste wieder zuletzt gelassen. Ich halte auf dem Kickstarter. Nah, der Heutener geht noch mit Kickstarter. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Guck mal, da sind zwei. Die sind aber irgendwo, stehen einfach da unten. Einfach da runter ist auch Blödsinn. Stattdessen gibt es nichts als einen Melkenroll vom Bass. Ich bin ein Freund des Hammers. So kann man jeden Finger einzeln brechen. Ihr habt meine Unrecht. Ich nehme eine ordentliche alte Wege. Rein gegen die Haut auf. Und das Schmerz zu sehen, darf ich dir alles sagen. Dann wird ein Schmerz zu sehen. Wenn oder Dr. Ich habe keinen Begleit, er hat den Tod verbunden. sie Scheiße, jemand hat mich gesehen. Ich brauche hinten jetzt noch was. Eine, eine liegt noch. Ja, oh, das war echt. Ah, jetzt haben sie mich doch noch entdeckt. Begib dich zum Ausgangspunkt des Auftrags. Und der ist wo? Ach so, das ist... Ich frage mich immer noch, wo der hier ist. Was ist eigentlich blau? Ich stelle sicher, dass die Jagd von Horza Graugschlechter erfolgreich verläuft. Oh-oh. Was ist doch hier drunter? Oh-oh. Ich habe schon noch ein bisschen mehr gesehen. Oh-oh. 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 Vielen Dank.